Mein Name ist Klaas Loderer. Ich begleite bei Heidegger Reisen vor allen Dingen Musikreisen und Studienreisen zu verschiedenen Städten in Deutschland und Europa. Vor allen Dingen besuchen wir zusammen Opernfestivals in Italien, Ungarn, Österreich, England und auch Frankreich. Daneben begleite ich aber auch Studienreise oder auch sogenannte Erlebnisreisen. Also da gibt es verschiedene Reisen von der Tulpenblüte in Holland über verschiedene andere Destinationen in Europa. Von der Ausbildung bin ich Architektur und Kunsthistorik. Ich habe Architektur und Kunstgeschichte in Stuttgart an der Universität studiert. Und ich unterrichte heute in Nürtingen an der Fachhochschule Architekturgeschichte für Landschaftsplaner und Stadtplaner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017